Herzlich Willkommen zu meinem YouTube-Kanal Pyroflow. Heute stelle ich euch die Spyder 20 Shrewrockets von der Firma Leslie vor. Hier haben wir Leitwerk-Raketen. Mal schauen, wie wir das auspacken können. In der Verpackung befinden sich zwei Stück. Eine NEM von 37,6 Gramm. Sehen wirklich sehr nice aus. Wir haben hier eben die Leitwerke hier unten. Das Schöne ist, man sieht es, wir haben hier keinen klassischen Stab, so wie man es eben von normalen Raketen kennt, sondern eben diese Leitwerke. Das heißt, wir stellen die so auf den Boden, zünden die an und die starten direkt vom Boden nach oben. Mit einem schönen Effekt. Sieht wirklich sehr interessant aus. Wie gesagt, zwei Stück sind dabei. Seht ihr dann gleich im Video. Rocket Spyder 20 von Leslie Nummer 1 Rocket Spyder 20 von Leslie Nummer 2 Rocket Spyder 20 von Leslie Nummer 2 Rocket Spyder 20 von Leslie Nummer 2 Rocket Spyder 25 von Leslie Nummer 2019 pulse雪 Sonis Stack glaubwache alles mich